Uh, ich bin so aufgeregt, liebe Engeln. Ich stelle euch vor, tadaa, die neueste Denkmit Color Waschmittel Cozy Eleganz von dm, ok? Das ist die kleine Schwester von Dreamy Paradise, natürlich Leute. Ich habe das heute gekriegt von Alexander und lasst uns einfach zusammen Review machen. Ich mit euch, meine lieben Engeln, ok? Schau das an, ok? Schau das Pulver an, ok, Leute? Und dann ist da geschrieben, frischer und intensiver Duft, ok? Also du weißt, ich liebe, liebe, liebe Dreamy Paradise, ja? Und ich habe euch schon gesagt, das ist Limited Edition, genauso wie diese, ok? Diese hier ist auch Limited Edition. Cozy Eleganz bedeutet, das ist vor Herbst und Winter, ok? Das duftet wie Sakura. Meiner Meinung nach riecht nach Babypuder. Und Sakura, sehr, sehr weich und wie geschrieben, gemütlich und kuschelig, ok? Ist sehr kuschelig, schau das an. Ok? Das Konsistenz ist wirklich wie Babypuder, ok? Und duftet sehr intensiv wie Sakura und Babypuder. Ich bin sehr, sehr begeistert von dieser Linie von Denk Mit. Also die erste Edition war Dreamy Paradise, natürlich für Frühlings und Sommer. Und jetzt hat die Cozy Eleganz, ok? Für Spezial Herbst und Winter. Also für euch Waschpulver-Liebhaber, ihr müsst das sofort kaufen. Ihr müsst das sofort kaufen, weil das ist Limited Edition, ok? Ich tue immer viel, weil das duftet wirklich intensiv, meiner Meinung nach, nach kuschelig. Also sehr, sehr kuschelig, ok? Sehr kuschelig und duftet wie Sakura. Wie diese Sakura-Blumen, ok? Und schau das an. Also wirklich sehr intensiv. Und wir wissen ja, die duftet sehr intensiv von Denk Mit, wenn du hast schon probiert, ok? Von Dreamy Paradise. Und das ist natürlich für, wie sagt man das, Herbst und Winter. Deswegen ist ein Ton nach unten gebracht von Denk Mit. Das heißt, es ist nicht so blumig, ist nicht so blumig wie Dreamy Paradise, aber wie Babypuder, ok? Mehr wie Babypuder. Ich bin sehr, sehr begeistert. Und weil meiner Meinung nach, goldene Orchidee ist auch sehr schön für Winter und Frühlings und auch Herbst. Für Sommer finde ich, das ist ein bisschen zu süß, ok? Meiner Meinung nach, das ist sehr süß und cremig. Also von goldene Orchidee Lenor. Wenn du das nicht hast, keine Sorge, nimmst du einfach nur diese Color Wash Mittel von Cosy Elegance von Denk Mit. Das ist neu, ok? Das ist neu. Das ist frisch heute gekauft von Alexander und hat er gesagt, probier das doch mal, weil du liebst das sehr. Also diese ganze Waschpulver, dann probier doch. Du hast gesehen, ich habe eine Kappe und ich tue alles, meine Sachen rein. Also meine Arbeitssachen und mein Sohns Arbeitssachen, ok? Das ist so bunt, meine und schwarz. Aber Denk Mit habe ich auch immer schon benutzt für meine schwarze Wäsche. Und die Qualität von DM finde ich einfach begeistern, ok? Es kostet wirklich wenig, nicht mal 3 Euro, Leute. Also ich habe das bezahlt, also Alexander und ich waren in Kasse. Ich habe gesehen, das war 2,90 Euro oder irgendwas, ja? Du hast gesehen, ich habe gar kein Waschgel, gar nichts. Nur die Cosy Elegance. Und natürlich, ich wollte Wasser, weil ich benutze Pulver, viel Pulver. Und dann schauen wir, welcher perfekte Duft für euch, ok? Für Herbst. Wenn du liebst sehr starken Duft wie ich, ok? Dann nimmst du natürlich mit der Goldene Orchidee Amethystblutentrauben. Weil, wenn du nimmst, diese gleiche Weichspüle von der Goldene Orchidee, ich finde, das ist viel zu weich. Kannst du benutzen, vielleicht mit anderen Duftperlen. Aber für mich persönlich, das ist viel zu weich, wenn ich nehme die gleiche Weichspüle von Lenore Goldene Orchidee. Deswegen nehme ich immer einen stärkeren Duft als das. Zum Beispiel, wenn du liebst Softlan, dann, ich empfehle euch für Herbst und Winter, bitte Softlan Windfrisch und Softlan Traumfrisch, ok? Die Lilane. Ich habe die neue, aber ich glaube, ich habe noch nicht aufgemacht. Ok, ich mache ein anderes Video, ok? Ich wasche meine Handtücher später. Und das ist auch von mir empfehlen, ok? Für euch, wenn du liebst, für Herbst und Winter, sehr kuschelig, cozy elegance, wie diese neue Pulver von Denkmit. Ok, kannst du das nehmen, ok, Leute? Und wenn du liebst Kuschelweich, wenn du Kuschelweich liebhaber, natürlich für Herbst und Winter sehr gerne Glücksmomente, ok? Sehr gerne nimmst du Glücksmomente. Dann schaue ich auf Lust und Laune, welche nehme ich für diese wunderbare Mischung, ok? mit goldener Orchidee. Oh mein Gott! Leute, das ist eine Überraschung wieder, ok? Das ist wieder eine Überraschung von DM, ok? Duftet einfach so wie, keine Ahnung, wie Babypuder, sage ich mal so. Wie Babypuder, cozy elegance, wie wenn du kuschelige Decke hast, weißt du, um dich herum. Du hast kuschelige Decke, kuschelige, kuschelige Mantel, das duftet danach. Oder kuschelige Sakura, kuschelige Hanjika, ja? Und ja, sowas. Das duftet nicht so intensiv wie seine große Schwester, Dreamy Paradise, natürlich nicht, weil es ja von DM, von Denkmit, ausgedacht, vor Herbst und Winter. Und normal Herbst und Winter ist ein bisschen runtergetont mit der blumigen Farbe oder mit dem blumigen Duft, ok? Ist mehr dann kuschelig und weich und so in diese Richtung. Deswegen finde ich perfekt super mit Lenore goldene Orchidee. Passt perfekt, ok? Passt perfekt zusammen mit Denkmit, cozy elegance. Und wenn du sagst, aber Ferika, das ist mir zu teuer, die Lenore Wäsche Parfum, weil dies hier kostet nicht mal drei Euro und dies hier kostet schon sechs Euro oder fünf Euro 90. Ich weiß nicht mehr. Dann, wie gesagt, ich empfehle euch, die Kuschelweich Glücksmoment nehmen oder einfach diese zwei Euro, nicht mal, Lenore Amethyst Blutentraum. Das ist sehr herbstlich, meiner Meinung nach und sehr kuschelig. Und die andere ist natürlich von Softland, goldene Orchidee. Ist für mich sehr, sehr intensiv vor Herbst und Winter, weil das ist nach Vanille und Orchidee. Weißt du was, Leute? Ich nehme das, weil ich finde, das hier peppt das alles zusammen. Also goldene Orchidee mit Softland Vanille Orchidee peppt sich mehr zusammen, als wenn ich nehme die Lenore goldenen Orchidee. Ich finde, für meine Nase, wenn ich nehme die gleiche Weichspüle, ich finde, das ist mir dann zu leicht. Und Softland Vanille Orchidee ist sehr, sehr, sehr stark. Also sehr intensiv. Deswegen, ich finde, wenn du hast kein Geld für das da, dann nimmst du einfach diese zwei. Brutal, kuschelig, okay? Jetzt wird kuschelig, vanillig, blumig. Aber wie gesagt, blumig in Herbst und Winter von der Industrie ist immer nach unten gepäppt, okay? Also dunklere Blumen, also Orchidee oder Magnolie oder solche, ja? Nicht so Rosen oder so. Rosen kannst du auch natürlich nehmen, aber die dunklere, also zum Beispiel diese rote Lenore, okay? Parfum Deluxe die Kiss, okay? Weil das duftet, das duftet wirklich nach rote Rosen, okay? Nach ganz, ganz rote Rosen. Und ich wasche natürlich Pflegeleiche. Weil das ist alles meine schwarze Wäsche, nur meine Arbeitssachen, okay? Ist nicht sehr schmutzig, ist nur getragen. Ist nicht sehr schmutzig. Natürlich ist er sehr, sehr schaumig, ja? Wir kennen uns schon, der M, denk mit. Also wenn du hast schon meine Review gesehen von Dreamy Paradise, okay? Viele, viele Subscriber hat sogar gekauft, wegen meiner Review, weil es einfach brutal schön ist. Und wenn du liebst auch solche gemütliche, okay? Gemütliche, kuschelige Duft, dann musst du diese Cozy Elegance nehmen, okay? Wie die Namen, die verspricht das, okay? duftet wie Sakura und Babypuder punkt aus, ganz weich und ganz kuschelig. Nicht stark und dominant wie Dreamy Paradise. Sehr schön, ich liebe den Duft. Ich kann schon riechen, mit Lenore Goldene Orchidee finde ich sowieso sehr schön. Für Lenore Liebhaber für Frühlings und für Winter für Herbst. Für Sommer finde ich ein bisschen süß. Sehr schön, ich liebe den Duft. Okay, ich finde, okay, du kennst mich, okay? Queen of Laundry. Ich finde, ich brauche noch ein bisschen von dieser wunderbaren, oh mein Gott, ich meine, ich liebe Pulver sowieso, okay? Ich liebe Pulver, keine Ahnung, warum, Leute? Ich weiß nicht, aber ich will einfach mehr davon. Ich will davon mehr Duft, okay? Und mehr Zauberkeit, sag mal so. Ich weiß nicht, ich bin immer besessen. Schreib mir unten, ja? Wenn du und für Lava Logix, ich danke dir, mein Schatz, dass du meine Pulver bestellst, okay? Ich bin echt, echt begeistert über deinen Kanal, okay? Ich habe auch gerne deinen Kanal geschaut und du bist ein sehr, sehr hübscher Mann, würde ich sagen, oder Junge, ich weiß nicht, aber mir ist egal. Hauptsache, meiner Meinung nach, du bist sehr hübsch. und ich danke dir, okay? Lava Logix, oder? Das ist dein YouTube-Name. Ich tue einfach nur ein bisschen Wasser, okay? Einfach nur zum spülen meine ganze Waschpulver, weil du kennst mich, ich liebe Waschpulver und das würde später sowieso nichts draufkleben, okay, Leute? Ich meine, wenn du lieb von Denkmet, ja, sowieso, musst du einfach probieren. Es duftet, wie gesagt, wirklich nach Herbst und nach winterlich, so, ne? So, wie Babypuder, wie Gemütlichkeit, wie Weichheit, wie Begeborgenheit, wie Zuneigung, halt, ne? Und für Wäscheparfum, bitte, kannst du mir auch empfehlen, bitte, dein Lieblings Herbstduft oder Winterduft, ja, empfehle mir einfach in Comment-Section, bitte, schreib mir, bitte, brauchst du nicht zögen, schreib einfach dein Lieblings Perfumperlen, spezial für Herbst und Winter, aber diese Cozy Elegance, bitte sofort kaufen, weil ist nur Limited Edition, okay? Wie Dreamy Paradise, ich habe auch zehn Stück schon im Vorrat, weil ich weiß, es kommt zuerst wieder, nächstes Jahr im Sommer. Deswegen habe ich sofort zehn Packungen gekauft, auf Vorrat, weil jedes Mal ich habe gelesen, Limited Edition, dann weiß ich, das ist nicht für immer dein Regal, okay? Und ich bin eine Sammlerin, deswegen ich liebe es einfach, wenn ich habe, Vorrat, okay? Ich würde das nicht kaputt machen, oder ich weiß schon, das wird nicht kaputt sein, weil das ist Waschpulver, ja? Das ist kein Lebensmittel oder so. Das wird nicht kaputt oder so durch die Zeit, ja? und wie gesagt, meiner Meinung nach, Softland Vanille Orchidee ist intensiver, okay, Leute, wenn du hast das noch nicht probiert, bitte sofort kaufen, ist sehr süß, aber auch cremig, okay? Weich, das ist wichtig für Winter und Herbst, weich, okay? Also kuschelig, weich und vanillig, das ist perfekt für Winter, und Herbst. Vanillig ist sehr wichtig, wenn du Vanille liebhaber wie ich, dann holt euch das bitte und holt euch auch die Softland Traumfrisch, drinnen ist auch sehr Vanille, also drinnen in die Softland Lila ist auch sehr Vanille drin und wenn du liebst Vanille, kaufst euch auch Goldene Orchidee, drinnen ist auch viel Creme und Karamell duftet ähnlich wie Vanille ok Leute und wenn du kuschelweich liebhaber natürlich kaufst euch auch vor Herbst und Winter Glücksmoment drinnen ist sehr wurzig sehr Karamell und sehr cremig und natürlich auch Vanillig ok sehr süß schukerig und wie Vanille sehr sehr süß und Karamell wie Pudding weißt du was ich meine aber das hier ist mehr wurzig wie Chai wie Chai Latte und diese hier ist mehr zu Vanille ok brutal intensiv auf Vanille aber das hier hat verschiedene Mischungen drin Karamell Vanille Schuker Wurz weißt du Gewürze das ist sehr schön ich liebe die ich liebe die nächstes Mal ich wasche damit und natürlich auch damit weil das ist ein besonderes Gemach ich bin sicher von DM für Herbst und Winter das heißt ja auch kuschelig Eleganz cozy Eleganz also auf englisch cozy Eleganz so Ferika auf mit Quatschen und jetzt genießen wir einfach die Wäschekraft und die Duft und die Eleganz von Denk mit Color Waschmittel cozy Eleganz ist perfekt für Herbst und Winter Vanille Orchidee und ich habe euch ja auch schon gezeigt paar meiner Lieblings ja für Herbst und Winter natürlich ich würde nochmal ein Video machen für eure Handtücher oder eure Kuscheldecke besonders für Herbst ja also Herbst winterlich so in diese Richtung also meiner Meinung nach für Herbst kann ihr immer sehr viel Duft nehmen was sehr blumig ist aber nicht zu Sommer Richtung sondern ein bisschen runter getont wie Amber wie zum Beispiel Magnolie oder wie heißt das diese andere Blumen Orchidee oder rote Rosen ja in diese Richtung in die ein bisschen in die schwerere Richtung aber trotzdem frisch ja dann ist nicht so schwer für euch deswegen habe ich genommen Softland Vanille Orchidee oder du kannst Glucksmoment von Kuschelweich das ist sehr weich also sehr leicht und nicht so schwer wie ich liebe weißt du da kannst du benutzen für jeder für dein Mann für Arbeitssachen ja für zum Beispiel Jeans für eure Jacke zum Beispiel Übergang Jacke kannst du diese Mischung nehmen weißt du weil ich finde diese frische zum Beispiel Lenore Grün ja die Perfumperlen die frisch oder die April frisch oder Joy Fresh von Fernell oder die frische Morgen von Fernell kannst du immer benutzen für Saison also für Winter für Sommer aber nicht vergessen nicht vergessen wenn du willst extravagant haben wenn du willst andere Kaliber waschen dann immer mischen mit blumigen es kann egal sein welche Marke du magst aber für Herbst und Winter immer mischen mit dunkleren Blumen mit ganz dominanten Blumen die Waschperlen dann kannst du trotzdem deinen frisch gewaschen Duft aber trotzdem herbstlich oder winterlich weißt du was ich meine ich hoffe hilft dir meine Review ist neues Produkt morgen ist Samstag ich will sofort laufen zum DM mach das bitte ok mach das gönnt ihr das ok 2,90 glaube ich und gönnt ihr das auch nicht vergessen entweder Kuschelweich Glücksmoment oder natürlich die Königin ja Lenore Amatis brauchst du keine Wäscheperlen also teure Wäscheperlen und kannst du auch Softland Vanille Orchidee wenn du sagst die Perlen ist mir zu teuer für rica kauft ihr nur die Softland Vanille Orchidee oder Softland Windfrisch wie gesagt oder kauft euch Pinkies wie gesagt von Kuschelweich oder Fernel Magnoli ok diese alle ist in die Richtung von Herbst und Winter Ich danke euch für Zuschauen und ich liebe euch alle bleib immer gesund glücklich und motiviert in diesem Anfang Herbst bitte nicht vergessen wenn du neu bist in meinem Kanal gib mir like und subscribe und nicht vergessen schreibt mir unten bitte eure Liebling Perfum Perlen oder eure Liebling Weichspüler für Herbst und Winter 2020 dann schönes Wochenende wir sehen uns an meinem nächsten Dekadente Video ich liebe euch alle Mua Dekadente Vielen Dank.